So meine Lieben, heute hatten wir den großen Fund an der Kiesbank bei Alt Detteheim, unser Riesendildo und unser Olaf. Das ist nicht dein Lümmel. Das gefällt dem, wenn der so einen riesen Schwiegel sieht. Unser Zuchtbulle Olaf begutachtet jetzt den Dildo. Hey, das ist massives Gummi hier. Massives Gummi? Hier ist kein Wibrater drin. Also richtig durch Handarbeit wahrscheinlich, ne? Das geht zwar auf Handbetrieb. Was das sein könnte? Was könnte sein? Eine Spiralfeder von dem Auto, der kommt dann bloß eine Hilfe. Das ist doch kein Spiralfeder, Mann. Das ist doch ein Dildo, oder? Ja, ein Umschnalldildo ist das. Der Olaf wackelt schon mit seinem neuen Spielzeug. Da weiß ich ja was nachts. Ja, Pfui Deibel, geh mit dem Ding fort, Mann. Pfui Deibel. Du weißt nicht, wo der drin war. Genau. Du weißt nicht, wo der drin war. Ja. Der hat so lange im Bagger sich gesehen. Der hat sich im Rhein gelegen. Ja, im Rhein gelegen. Der kam bestimmt auf dem Wasser her. Na, der lag im Wasser drin. Na ja. Der Seil hat mit rausgezogen. Ja. Gleich vorne bei uns an der Kiesbank. Der hat den Ort angeschwimt. Mhm. Mhm. Wackelt er, ja? Ist ja noch stabil. Warum mal nicht das Rieder nicht? Oder brauche mal Errecher drauf. Was war... Alter, jetzt... Alter, alter, der Kerl echt. Hat man sowas damals gehabt in der DDR? Oh, sowas ähnliches. Mhm. Brutal. 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 Genau, richtig. In Berlin hast du das Ding gekriegt. Hat dann dann auch wieder eine Füße angelegt. Genau. Ja. Macht gut, wenn der Matze kommt. Aber die Dinger waren doch viel zu teuer. Da war ja die Nöte billiger. Na ja. Wieso Prostitution in der DDR? Was war das? Du weißt nicht, wo jetzt der längste Straßenstrich ist von Europa. Da führst du die Tschechen bis nach Sachsen ein. Ja. Sind sie in der Reihe gestanden, oder was? Na ja. Die Weiber haben an der Straßenrand gestanden. Du kennst doch sicher aus, der sucht Bulle, ne? Nicht bis über die Grenze. Ja, konntest du die Alte auch Vögel mit Spielzeug oder ohne? Hä? Wie du wolltest. Echt? Wie du wolltest. Wie hast du... Egal. 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 Egal.